Ich fahre Reise gerne, weil ich liebe es, neue Orte zu sehen, diese ganzen Architekturen oder atemberaubende Naturwunder. Es gibt Leute, die sehr gut zu spielen oder zu schreiben. Ich bin sehr gut zu reisen. Wenn ich Geld hätte, dann würde ich einfach reisen, weil es Spaß macht und andere Kulturen kennenlernen ist immer, denke ich, etwas sehr Positives. Mich würde interessieren, wie es in anderen Ländern ist, wie die Politik dort ist, welche Regierungsformen es gibt. Auch wegen Religionen, zum Beispiel auch Buddhismus. Ich reise, weil es mir Spaß macht und ich die Welt kennenlernen möchte. Weil es so ganz anders ist als Deutschland. Und weil man neue Sachen ausprobieren kann. Ich finde es ganz wichtig zu reisen, weil man dabei auch ganz viel lernt und ganz viel über andere Leute lernt, über andere Kulturen und wie andere leben und dadurch dann irgendwie auch sich selbst findet. Alles in Afrika ist ein interessantes Ziel politisch. Außer Europa ist halt viel los. Ich würde gerne noch nach Indien reisen. Nach Karibik oder die Malediven. Von hier bis Brandenburg. Die ganze Welt, Weltreise. Ich würde gerne nach Japan. Und New York auf jeden Fall. Israel würde ich mir auch mal angucken. Ist ja jetzt auch nicht groß, vielleicht so groß wie Hessen. Zwei Stunden ist das auch durch. Bin ich auch schon in Jordanien. Türkei. Uzun Incibil Yoldayin. Fluter. Wir sind dann mal weg. Wir sind dann mal weg. Amen.